Hallo meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Sammlungsvideo. Heute zeige ich euch meine Parfümsammlung. Ich mache sie immer abwechselnd. Mal was Gaming mäßiges und mal was mit Beauty oder andere Sammlungen sage ich jetzt mal. Und ich möchte mit etwas ganz besonderes anfangen. Denn schaut euch mal das an. Wie klein die sind. Die sind so putzig. Ich habe drei Stück von denen. Und ja ich habe ich glaube letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Letztes Jahr habe ich bei Yves Rocher und da habe ich drei vier Sachen bestellt und ich dachte eigentlich dass die größer sind. Und dann kamen diese Mini Putzels daher. Und die sind einfach so knuffig. Ich habe hin und wieder mal welche benutzt. Aber das riecht einfach richtig gut. Es ist zum Beispiel auch nicht Edo Toilette sondern Edo Parfum. Und die sind echt süß. Ich könnte jetzt nicht sagen wonach das riecht. Aber man ich finde nach Stunden riecht man trotzdem danach. Das riecht eher so blumig. Was steht denn da noch da? Secrets, Dissens. Ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das war jetzt der den ich gerade gerochen habe. Von dem ich euch das gezeigt habe. Momente Borre. Oh Gott. Ich kann das überhaupt nicht. Ja. Ich glaube das riecht mehr nach. Ja das riecht noch blumiger. So richtig lavendel mäßig und so. Ja. Auf jeden Fall hammergeil. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr womit ich anfangen soll. Aber ich blende euch mal kurz ein wie das hier alles aussieht. So. Als erstes habe ich hier kleine Parfümfläschchen. Alles zusammengestellt in einen Karton. Denne ich mal. Ich glaube von der komischen Box damals. Die Boxen die man bekommt. Ich habe vergessen. Egal wie die heißen. Auf jeden Fall. In einer Box. Und damit die nicht einfach frei rumstehen. Habe ich sie da reingetan. So sehen die ganzen Flakons aus. Ich habe einige noch eingepackt. Die verwende ich auch gar nicht so oft. Nur wenn ich wirklich dann denke. Hey. Ich möchte jetzt wirklich diesen Duft jetzt haben. Dann erst benutze ich es. Ja. Wie ihr in diesem kleinen Video gesehen habt. Wisst ihr jetzt wie das hier aussieht. Ähm. Jetzt. Ich würde einfach mal anfangen mit das. Ähm. Was halt. Was ich halt in der Grand Hand so habe. Hier hätte ich ähm. Von Puma. Jamaika 2. Und. Ja. Als Kind habe ich das. Als Jugendliche habe ich das immer gehabt. Und es riecht einfach. Ich weiß gar nicht. Ähm. Es riecht einfach echt gut. Aber ich glaube damals habe ich nur das Jamaika 1 gehabt. Ähm. Ja. Die Verpackung ist so hellgelb durchsichtig. Und. Ähm. Ja. Mir. Ich. Ich mag den Duft. Habe ihn jetzt auch ein paar Mal schon verwendet. Aber jetzt nicht so oft. Dass er schon fast kann. Aber jetzt auch nicht so oft. Dann habe ich hier Max Black. Und. Wo ist denn das Ding? Dieser Duft ist eher. Etwas schwerer. Würde ich jetzt behaupten. Und. Den habe ich auch erst vor kurzem für mich entdeckt. Er riecht nicht nach blumig. Sondern einfach nur etwas schwerer. Und perfekt für den Winter. Wirklich. Ich habe als Jugendliche. Dieses Parfüm über alles geliebt. Ich rede von Max Fly High. Ich habe mir das Parfüm erst vor kurzem. Also vor einem halben Jahr circa nachbestellt. Boah. Es riecht so gut. Ich kann es nicht mehr beschreiben. Was das ist. Es ist nicht so blumig. Aber es ist einfach frisch. Und es riecht nach frisch gemachter Bettwäsche. Und einfach. Boah. Ja. Ich habe ihn auch schon einige Mal jetzt benutzt. Trotzdem bin ich sparsam. Denn man weiß ja nie. Ob das jetzt mal ganz für immer verschwindet oder nicht. Denn das Parfüm ist jetzt schon mindestens zehn Jahre alt. Und ich liebe es immer noch. Und ich glaube ich muss mir mal einen kleinen Vorrat kaufen. Und irgendwo gut verstauen, dass sie nicht schlecht werden. Denn meine Parfüm stehen momentan in einer dunklen Stelle. Wo einfach kein Licht kommt. Und sie einfach sehr gut geschützt sind. Ja. Das Parfüm habe ich schon ein paar Mal in die Kamera glaube ich gehalten. Das schenkt mir meine Tante jedes Jahr zum... Ja. Einfach so. Wenn sie herkommt, dann schenkt sie mir das. Ich kann es jetzt echt nicht zeigen. Aber ich habe auch davon die große Flasche hier. Ich zeige euch einfach mal die. Ja. So heißt das. Und... Ich benutze es auch ziemlich oft. Das ist jetzt schon die vierte oder fünfte Flasche. Die ich jetzt insgesamt... Ja. Einfach hammergeil. Auf Amazon gibt es so ein kleines Pack, wo Duschgel, Deodorant glaube ich dabei ist. Und das Parfüm. Ich bin jetzt nicht sicher. 25 Euro. Falls ich es nicht vergesse, verlinke ich es euch unten. So. Als nächstes hätte ich auch ein Parfüm, das mir auch meine Tante aus Russland geschickt hat. Äh. Mitgebracht hat. Das war erst vor... Äh. Vor einem Jahr im Sommer. Ja. Erhebt mir so ein Herzchen drauf. Und das... Das riecht nach einer bestimmten Blume. Aber ich wüsste jetzt nicht welche. Ich weiß nicht. So eine Art Rosenstrauß würde ich jetzt sagen. Und äh. Sie hat mir das einfach geschenkt. Es war aber ein bisschen voller als jetzt. Und äh. Ja. Nein. Und ich bin ziemlich sparselnd damit. Und hoffe, dass es mir noch ein bisschen, dass es mir noch ein Jahr, zwei Jahre vielleicht noch aushält. Und dann muss ich sie mal fragen, ob sie es mir wieder mal mitbringen kann. Dann habe ich hier, ähm, 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 von Bruno Banani die Pinke Edition. Und, ähm, auch dieser Duft ist ziemlich blumig. Und, ähm, ja. Und auch das habe ich letztes Jahr ziemlich viel verwendet. Im Sommer, glaube ich. Das kann man auch im Sommer nach dem Schwimmen gut verwenden. Oder wenn man schwimmen geht, verwenden. Oder sowas. Dann gehen wir weiter mit Bruno Banani. Hier hatte ich da, äh, not for everybody. Ja, ich glaube, das kennt, kennen die meisten. Ähm, ähm, ja. Und ich, ich weiß nicht, ich mochte schon immer Parfum sammeln. Und ich war immer ganz traurig als Lugendliche, wenn ich mal eins verbraucht hatte. Und, ja, einige habe ich immer noch. Und die anderen habe ich dann halt schon mittlerweile weggehauen. Ähm, hier habe ich von Everloving. Das ist mit einer der ältesten Parfums, die ich überhaupt besitze. Und das ist die zweite Flasche, die ich habe. Die erste ist ja schon leer, aber ich glaube, ich habe sie noch gar nicht verwendet, weil ich rieche gar nichts. Ach, ja. Naja, ne. Ja, riecht noch gut. Und, ähm, so sieht das Fläschchen halt aus. Ich dachte, das wäre jetzt zum Beispiel Bruno Banani. Aber das ist Naomi Campbell. Ähm. Ich glaube, das kennen auch sehr viele. Und auch das finde ich gut. Das ist auch ein bisschen schwerer Duft, finde ich. Im Winter geeignet. Und ich glaube, da habe ich ihn auch am öftesten benutzt. Denn, ähm, nicht mehr viel ist da. Dann, auch ein Schätzchen. Denn, ähm, ich habe ja schon Puma vorhin gezeigt. Jamaika. Und hier habe ich, ähm, ich glaube, Puma Love. Oder Puma for Love. Das ist halt so, es ist halt rosa. Aber leider habe ich das Fläschchen, ähm, den Deckel verloren. Ich weiß noch. Meine Cousine hat es mir damals zu meinem 15. 16. Geburtstag geschenkt. Und, ähm, so viel ist noch übrig. Nein, das ist die, ja stimmt, das ist die zweite Flackung. Damals hat sie es mir geschenkt. Das war einer anderen Aufmachung. Und, ähm, ja. Nur noch so wenig ist übrig geblieben. Und ich bin ziemlich traurig drüber. Weil der Duft, ähm, erinnert mich an Max Fly High. Das, was ich vorhin gezeigt habe. Ja. Hier hatte ich noch einen von Puma. Auch da fehlt der Deckel. Und auch da riecht es noch nichts mehr. Das ist eher fruchtiger. Und das andere, ähm, und das ist eher mehr frisch. Also das ist fruchtig, das ist frisch. Und ich mag beides ziemlich gerne. Nicht mehr viel und die sind leer. Ich hätte von... Oh, Moment, der Bonherd. Das ist das gleiche, weil, ähm, der hat den selben Namen. Ja. Stimmt, das riecht genau so nach irgendwas Lavendelmäßiges. Ja. Wahnsinn. Wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich das doch groß. Geil. Ja, von Rihanna habe ich hier Rouge. Hier steht zwar Teste mich. Aber ich habe damals, vor einem Jahr, habe ich bei mein, äh, bei BIPA gearbeitet. Und da hat man, äh, mit wieder Tester geschenkt bekommen. Und, ja, es ist ziemlich stark, finde ich jetzt. Ich glaube, deswegen habe ich es auch nicht so oft benutzt. Ähm, ja. Anscheinend habe ich hier noch, ähm, was von Yves Rocher oder so. Ich hoffe, man spricht so aus. Ich habe keine Ahnung. Das soll, ähm, Vanille sein. Echt? Das soll Vanille sein? Ähm, ja. Ja, ein weiteres Max Parfum, was ich habe, auch was kurz vorm Leergehen ist. Das riecht noch frischer. Oh ja, das ist echt frisch. Kommen wir zum Parfum, das ich jetzt, ähm, wenn ich, jetzt so überlege, ungefähr sieben, achtmal nachgekauft habe. Und ich glaube, es gibt es, es gibt wahrscheinlich das noch, weil letztes Jahr habe ich es nochmal nachgekauft. Ich rede von Paracelton, ihr allererstes Parfum und, boah, ich weiß nicht, ob das jetzt schon abgestanden ist und vielleicht zum Weghauen ist. Aber es riecht nicht mehr damals, wie es früher gerochen hat. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich was in der Rezeptur geändert, Miss Paracelton. Aber es riecht einfach nicht mehr, wie früher. Hm, keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann verbrauchen und nachkaufen werde ich es definitiv nicht mehr. Hier habe ich eins von S. Oliver, das habe ich zu Weihnachten erst bekommen, von meiner Cousine. Das riecht auch ziemlich gut. Das habe ich mittlerweile, also, ähm, ja, Weihnachten ist ja nicht so lange her, das heißt, ich habe schon gut verbraucht. Dann kommen wir zum Parfum, das habe ich, glaube ich, auch von meiner Tante, die aus Russland. Pew O2 heißt das. Ja, Pew O2. Und, ja, das, das riecht auch ziemlich frisch. Und das ist auch ein bisschen schwerer als, ähm, ist auch ein bisschen schwerer und auch schon kurz vorm Leersein. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass ich das noch irgendwie nachkaufen kann. Ähm, Spirit. Ich glaube, viele kennen das. Es ist eine sehr billige Marke, aber meiner Meinung nach, ist, unterschätzen sie das viele. Denn ich finde sie echt gut. Ich habe, ähm, zwei, glaube ich. Was ist das für ein, das ist der rote Teil. Ja, ich finde, der ist, ähm, ein bisschen schwerer. Aber, ich habe noch einen. Ich werde ihn später erst finden, weil ich, ähm, müsste jetzt hier rum suchen. Und, hier von Essence, ähm, Like Day in Paradise. Ich bin, ich habe früher die Essence Parfums, ähm, so gut wie immer gekauft. Mittlerweile nicht mehr. Sonst hätte ich 3000 Stück von ihnen. Es ist halt, ja, es ist halt ziemlich, ja, ist auch fast leer. Müsste ich mal leer machen. Ja, und hier ist einer meiner neuesten Parfums. Jovan. Davon habe ich auch, ähm, Deo. Und, ja, es riecht halt ganz genau wie das Deo. Und ich finde das Deo echt super. Es ist halt echt teuer. Ich zahle dafür 3,99 und, ja. Hier hätte ich eine kleine Probe. Von, ja, aber, das riecht ziemlich nach Seife. Aber nach einer guten Seife. Also, nicht, dass Seife schlecht ist oder sowas. Ich habe mich früher, äh, ich liebe den Seifengeruch. Und, das riecht ziemlich haargenau danach, ähm, ja. Also, riecht gut. Ich glaube aber, für den Preis, was das Ding kostet, würde ich es auf jeden Fall nicht zahlen. So, ich habe alle wieder eingeordnet. Und jetzt machen wir weiter mit den, ähm, ja. Ein paar sind offen und ein paar sind noch verpackt. Ähm, hier haben wir, äh, von Joop. Floor Glam. Ja, riecht, riecht auf jeden Fall ziemlich blumig. Wie es auch schon heißt. Das ist, äh, mit der Marker Cash. Das soll ja, ähm, ich kenne die, die jetzt nicht wirklich. Ja, ich weiß jetzt nicht, wonach das riechen soll. Auf jeden Fall, ähm, würde ich das auch nur im Winter benutzen. Und deswegen sieht es auch dementsprechend aus. Das benutze ich momentan eigentlich als Deko. Denn bei mir steht ein Lindhase links, das steht in der Mitte und eine Lindhase rechts. Und das passt aber so schön, das Deko, weil die sind auch Gold. Und das ist auch Gold. Und, ja, und deswegen habe ich das Parfum eigentlich so gut wie gar nicht benutzt. So, kommen wir zu diesem anderen Spirit-Teil, den ich, äh, den ich euch erzählt habe. Und der ist eigentlich super geil, denn ich bin ja auch schon fast fertig mit ihm. Er riecht einfach sehr frisch. Und ich bin der Meinung, alles was blau ist, ja, dass die Farbe ist jetzt auch blau und auch die, äh, die Schrift ist blau, riecht frisch. Also wirklich frisch wie, als würdest du Wäsche waschen. Und genauso. Denn, ich habe auch noch andere Sachen in blau. Hier haben wir das da. Hier habe ich noch das da. Und die riechen fast genauso wie das, was ich jetzt gezeigt habe von Spirit. Fast genauso. Ich weiß, frag mich nicht, wieso ich das doppelt habe. Ähm, beides war reduziert. Einmal habe ich das irgendwann mal gekauft und irgendwann mal später das. Und beides habe ich noch nicht benutzt. Aber, ich packe mal eins aus, um zu riechen, um zu vergleichen, ob ich rechts habe oder nicht. Obwohl, das habe ich schon ein bisschen benutzt. Ich hoffe, das andere ist zu. Verdammt. Oh ja, das riecht wirklich wie frische Wäsche oder einfach so ein schlichtes, eine schlichte Blume, die, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Es riecht einfach richtig gut und es gefällt mir auch dieser Duft. Und mittlerweile kaufe ich alles, was wirklich blau in der Verpackung ist, eher als wenn es irgendeine andere Farbe hat. Weil ich bin wirklich der Meinung, dass blau wirklich frisch ist und alle anderen Farben anderes zu bedeuten haben. Machen wir jetzt noch mal das andere blaue auf. Von Mel Miro. Das ist auch ein Edo Parfum. Und das Ganze sieht so aus. Ich habe das noch gar nicht benutzt. Ich habe es erst mal, glaube ich, gestern, wo ich alles zusammengeräumt habe, mir gedacht habe, okay, ich mache jetzt das Video, habe ich das, ja, gerochen. Und dann kam ich erst auf den Vergleich, dass alle drei so gut wie identisch riechen. Ja, ja, genauso frisch wie das andere, wirklich. Wie frische Bettwäsche. Ich finde auch das Parfum, wie das aussieht, auch echt schön. Und, ähm, für den Preis, den ich damals gezahlt habe, ähm, für ein Parfum und nicht ein Toilette, Dingsbums, ist das echt günstig gewesen. Das ist, ähm, ja, gibt es nur beim Rosman. Ich glaube, das ist eine Eigenmarke von Rosman. Das glaube ich, bin ich nicht sicher, aber ich denke, weil es steht zumindest so da. So, als nächstes hätte ich hier von Naomi Campbell Wild Pearl und das sollte, glaube ich, nach Rose riechen. Auch das habe ich noch gar nicht benutzt, weil ich einfach diese Fläschchen, die jetzt noch offen sind, verbrauchen möchte, bevor ich anderes aufmache. Ich rieche gerade nicht so viel raus. Es riecht halt wirklich leicht nach Rose. Ganz leicht. So, als nächstes hätte ich La Rue und, ähm, das soll ja angeblich eine Marke sein, die, ähm, Sachen nach, ähm, wie heißt es denn das Wort? Jups macht, so. Und dieses Parfüm, ja, es ist, ja, es ist sogar Parfüm, ist, ähm, wirklich wie Seife. Ich, ähm, in meiner Kindheit hatte man, haben meine Eltern so eine Seife gehabt, die hat einfach nur nach Seife gerochen, ganz normal, ohne zusätzlichen, künstlichen Stoffen, ohne irgendwie mit Parfüm, sondern einfach nur Seife. Und, genau so riecht dieses Parfüm auch und das ist einfach nur, einfach cool. Und ich bin auch ziemlich, ja, gut dabei, es zu verwenden. Deswegen, ähm, ist auch, ist einer meiner Lieblingsparfüms, wenn ich ehrlich bin. Dann kommen wir zu einem Parfüm, das ich, glaube ich, empfehle, kaum vorhabe für mich. Denn, ich finde diesen Duft gar nicht schön. Er riecht einfach, äh, ich weiß nicht, ich habe das mal billig auf Amazon gesehen und bin gedacht, ja, probierst du es einfach aus und leider ist das nichts für mich, ähm, ja. Man kann ja nicht immer Glück haben. Dann habe ich hier noch, ähm, auch ein unverpackt, noch Super Dry. Das, ähm, habe ich auch gestern dran geschnuppert und mittlerweile habe ich vergessen. Ja, ich würde das, es riecht gut, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob das jetzt blumig, frisch oder irgendwie dezent oder schwer ist oder sogar, ja, mir gefällt's. aber, ähm, momentan verwende ich das noch nicht. Mal gucken, wann ich es öfters verwenden werde, zu welcher Jahreszeit. Dann kommen wir zu ein paar Filmen, das einer meiner Lieblings, Lieblinge ist und einer der teuren, die ich habe. Von Calvin Klein, Summer heißt das, Entertainment Summer. ja, und, ähm, das hat mir mein Bruder geschenkt vor zwei Jahren zum Geburtstag und einfach so toll, weil man riecht auch noch Stunden danach und es riecht einfach super frisch und, ähm, ja, allein weil es von meinem Bruder ist, ähm, freue ich mich sehr, dass ich es noch habe und bald habe ich es aber bald nicht mehr, wenn ich so weiter, ähm, verschwenderisch damit umgehe. Naja, irgendwann muss es trotzdem leer gehen, aber in und wieder benutze ich es, aber nicht oft und, ja, ich liebe dieses Parfum wirklich sehr, ah, es riecht so toll nach, nach Sommer. Dieses Parfum erinnert mich einfach nach Sommer. Ich glaube, ich habe es am Sommer am öftesten getragen, vielleicht deswegen, hm. Es ist zwar kein richtiges Parfum, aber, ähm, ich habe es trotzdem mal mit reingenommen, das ist von Victoria's Secret, diese, ähm, boah, ich, letztes Jahr war ich so verrückt nach diesem Spray und ich habe ihn trotzdem so wenig verwendet, weil ich ja damals, letztes Jahr im BIPA, beim BIPA gearbeitet habe, da habe ich mich immer in der Arbeit immer eingesprüht und zu Hause halt gar nicht und das riecht einfach nach irgendwas, Orchidee, ja, das ist ein Orchideen-Duft und ich liebe Orchideen über alles, ich liebe einfach Orchideen und das riecht einfach so super. Mir gefallen die anderen eigentlich gar nicht. Ich glaube, das Blaue ist noch in Ordnung, weil es wirklich frisch riecht, aber die anderen gefallen mir jetzt nicht wirklich so. Und als es dann im Angebot war, dachte ich mir, okay, jetzt muss ich das Ding mal kaufen. So, hier hatte ich, ähm, von Adidas Frutti Rüttl, Rüttl, oder, keine Ahnung, riecht auch ziemlich gut, aber eher blumig und nicht frisch, so wie das Blaue. Aber mir gefällt das trotzdem. Ich möchte es aber momentan noch nicht benutzen, bevor ich nicht ungefähr fünf, sechs Stück von den anderen Mal verbraucht hatte. Dann hätten wir Betty Barclay. Das ist ein, ja, das habe ich schon lange. Das Parfum kaufe ich auch immer wieder nach, weil ich liebe das einfach. Vor allem das Blaue. Aber letztens gab es das Blaue nicht, als ich in Deutschland war. Das kaufe ich mir meistens immer bei Rosmann. Es ist einfach für den Alltag einfach super, weil es einfach, ja, es riecht nicht zu stark. Aber auch nicht zu wenig und ich finde es super für den Alltag. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es blumig oder sonst noch was riecht, weil das erkenne ich jetzt überhaupt nicht. So, ein weiteres Joup Parfum. Ja, das ist auf jeden Fall etwas schwer. Also das würde ich, ich weiß nicht, so für den Herbst oder sowas benutzen. Oder für Winter, weil, also ich bin auch manchmal so, dass ich nicht immer im Winter schwere Düfte nehme oder im Sommer leichter, sondern mal denke ich mir, hey, ich hätte jetzt Bock auf das und das ist Winter, dann nehme ich das einfach da so. Und das ist auch eine meiner Lieblingsdüfte. Ich habe Elisabeth Aldrin Green Tea Lavender, also Lavendel Geruch. Und ich liebe Lavendel. Und das ist eine riesige Flasche und ich habe es, glaube ich, noch gar nicht benutzt. Ja. Ich hoffe, es riecht wirklich so gut nach Lavendel, aber ich habe es damals probiert. Ah ja, einfach hammergeil. Man riecht sogar den grünen Tee raus. Krass. Wahnsinn. Na noch dreien, wir sind fertig. Hier hättest du von Gabriella Sabatin. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und ich habe auch keine Ahnung, was das für ein Kronen ist. Hm. Ich erkenne. Es riecht, es riecht sehr, sehr leicht, ja. Aber auch ziemlich gut geeignet für den Alltag, denke ich mal. Auf jeden Fall werde ich es für den Alltag verbrauchen oder Gebrauchen. Das neueste Parfüm, das ich habe, ist von Police to Be. Das ist der Lille, ne? Hier kann man so dran ziehen und dann ist es vorbei. Äh, vorbei. Und dann kann man es benutzen. Boah, wenn ich noch weitere dran rieche, hoffe ich... Zum Glück ist es gleich vorbei, sonst kriege ich bald Kopfschmerz von so viel Parfüm. Ja, mir gefällt... Es hat, glaube ich, irgendeine Blume. Kann ich rausriechen. Aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, welche. Ja, und jetzt kommen wir zu dem letzten Parfüm, das ich besitze. Und ich glaube, das ist das teuerste, was ich habe. Es ist von Hugo Boss. Nuit heißt das. Nacht übersetzt. Und ich liebe dieses Parfüm so sehr. Ich habe es mir letztes Jahr gekauft. Letztes Jahr zu meinem Geburtstag, glaube ich. Und ich glaube, es ist nicht mehr viel drin. Ich finde es halt scheiße, dass man es nicht mehr sehen kann, wie viel drin ist. Aber ich habe es gut verwendet. Ich habe fast jeden zweiten, dritten Tag damit mich eingesprüht. Ich könnte daran baden. Geil. Ich liebe dieses Parfüm. Ja, wie gesagt, es ist das teuerste, was ich habe. Es ist von Hugo Boss. Man riecht noch zwei, drei Tage danach. Und ja, einfach hammergeil. Als letztes, was ich euch zeigen möchte, sind zwei Sachen, die ich noch nicht ausgepackt habe. Und die ich auch nicht auspacken möchte. Ja, und das sind... Als erstes wäre es von Lady Gaga das Set. Und auch ihr Parfüm Fame. Und wow. Ich liebe dieses Parfüm echt. Aber ich habe einfach gedacht, nicht bevor ich die Hälfte davon leer mache, werde ich das aufmachen. Es ist etwas Besonderes für mich. Und deswegen habe ich es auch bis jetzt aufbewahrt. Ich glaube, das ist mittlerweile ein Jahr alt. Ja, kommt ungefähr hin. Und ich denke, irgendwann mal werde ich es mir auch auf... Irgendwann werde ich es mal aufmachen. Aber momentan noch nicht. Hier hatte ich eins von New Yorker. Dress for the moment heißt es. Und auch das möchte ich noch nicht auspacken. Weil, ja, ich einfach noch viel zu viele offen habe. Und sie erst mal verbrauchen möchte, bevor ich... Oder neue aufmache. Puh, endlich fertig mit dem ganzen Parfüm. Das Video ist auch schon echt mega lang. Aber so viel habe ich halt nun mal. Und was echt gut ist, dass noch kein einziges schlecht ist. Bis auf das Paracelton. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon wirklich gekippt ist oder nicht. Aber, ja, ich lasse mich einfach... Ja, ich werde es einfach verbrauchen. Und wenn es mir einfach zu sehr stinkt, dann schmeiße ich das Ding einfach mal weg. Kommt fertig weiter. Und es ist eigentlich mal eins weniger. Ja, meine Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Auch weil meine Nase jetzt viel zu viele Düfte hat. Ich muss jetzt endlich mal alles aufmachen und durchlüften. Weil ich hier sieht es einfach aus. Hier riecht es einfach wie bei einem Drogeriegeschäft. Oder bei Douglas oder sowas. Obwohl sie so viele billige Sachen wahrscheinlich nicht haben. Naja, egal. Ich bin trotzdem stolz auf meine kleine Sammlung. Und mein Ziel ist es auf jeden Fall, die Hälfte zu reduzieren. Und wirklich nur die Sachen dann haben, die ich dann jeden Tag benutze. Oder jeden zweiten Tag oder sowas. Ja, genau. Und schreibt mir doch in den Kommentaren, welches Parfüm ihr so benutzt. Habt ihr da mehrere? Habt ihr auch so eine große Auswahl wie ich? Oder benutze nur eins oder sowas? Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye. 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 Bye.